Hola senhores und senoritas, willkommen zurück bei Alien Nation mit der Lisi. Hi Leute, miau. Wir sind natürlich immer noch in Brasilien unterwegs, in Idaibu. Ich kann es gar nicht aussprechen. Idaibu? Wird denn das hier angezeigt? Ja, das wurde mir gerade angezeigt, so wie das hieß. Brasilien, Idaibu. Und wir starten auch gleich mal rein, oder? Genau. Warte mal, ich muss mal gucken, öffentlich. Wolltest du mal eine offene Lobby machen, genau. Ja, öffentlich ist es. Wir brauchen Hilfe, ne? So, weiter. Ach, Quatsch. Ja, wir haben mal wieder die komplette Steuerung vergessen. Ist wieder eine Weile her, wo wir aufgenommen hatten, ne? Ja, ich glaube fast exakt eine Woche oder so. Ja, könnte eine Woche her gewesen sein, ja. Naja, mal gucken, wann ich mich wieder verdrück. So, ich bin drin. Du bist drin. Nice. Jetzt fängt das wieder an. Ja, das ist... Da habe ich die ganze Woche drauf gewartet. Jetzt muss ich mich erst wieder daran gewöhnen, dass wir jetzt wieder unsichtbare Gegner haben und so einen Käse. Loot. Überall immer dieser Loot, ne? Egal wo, ob bei Uncharted oder hier oder bei Corridor Sea, überall dieser Loot, ne? Ja, das ist mir sofort aufgefallen bei dir. Keine fünf Sekunden im Spiel. Loot. Hör damit. Warte mal, ich bin mal neugierig. Äh, ich habe die Treppe verpasst. Oh, eine Blume. Okay, dann gehen wir mal weiter runter, ne? Na, Kampfgruppe. Gar kein Problem. Schauen wir mal. Was sehen wir, die ersten Leute mit dazu joinen? Ja, wenn ihr überhaupt noch die Server voll sind, ne? Also, ich weiß ja gar nicht, ob hier noch was los ist. Keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Oh, oh. Wie? Gleich mal die Schilde rausge... Knallt. Ah. So, wir haben alle. Geht die Tür hier auf? Die müsste dann normalerweise aufgehen, oder? Shit. Oder müssen wir erst alle umbringen? Das könnte ja auch sein, ne? Vorsicht. Wow. Das fängt sofort wieder gut an. Ah, jetzt geht die Tür auf. Und wen haben wir denn da? Einen Rammer. Aha. Ui. Hinter dir. Ach, scheiße. Nein, bin tot. Hab. Ach, das fängt mal wieder super an hier, ne? Kannst du eine Bombardierung einsetzen? Nein, du hast ja keine, oder? Wie war das nochmal bei dir? Ich hab keine. Nein. Ach, verdammt. Ich wollte... Ich wollte erstmal zurück, um da erstmal eine Gruppe zu bilden. Boah, wieso fängt das eigentlich bei uns immer so an? Ja. Wir sind einfach zu Nubik, ja? Weißt du, wir haben das eine Woche nicht gezockt und haben komplett alles vergessen, ja? Wir haben komplett keine Skills mehr, ne? Wir sind total Nubik unterwegs, als ob wir das erste Mal Kontroll an die Hand nehmen, ja? Naja, das macht's vielleicht ein bisschen amüsanter für die Leute, die zuschauen. Das war doch erstmal die Aufwärmrunde. Ja, genau. Aber jetzt geht's jetzt richtig los. Kein Pardon, Achtung, wir kriegen gleich noch ein bisschen zu. So, wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Genau. Einige Gegner. Ach nee, guck mal hier. Ich bleib auch gleich mal. Sind gar keine mehr da, ne? Ach. Was für eine Schiebung. Ach, hier ist gar kein Kontrollblum, der ist ja kaputt gegangen, ne? Der hier war. War da einer? Ja, da war einer, ja. Dann ist der wohl eben irgendwie kaputt gegangen, ja? Das kann gut möglich sein. Eine Blume. Yeah. Oh, ey. Ich hab Angst. Sollen wir diese Herausforderung hier machen, oder sollen wir die einfach links liegen lassen? Das hab ich mir grad schon so insgeheim mal durch den Kopf gehen lassen. Ich mein, viel passieren kann ja nicht, außer dass wir sterben, oder? Ja. Ach, was soll der Geiz? Wir probieren's einfach mal. Alien-Hinterhalt. Ach, wie war das denn mit den Granaten? Ach, genau. Ne, äh. L2. Ah, genau. Ach, ja, genau. L2. Na, das war jetzt easy. Ach, das war alles. Okay, na dann. Das war jetzt echt nichts. Ich guck mal kurz auf die Karte. Einfach hier lang, genau. Ach, stimmt, ja. Die Map ist ja wieder so riesig. Ja, da hinten, äh, so ein paar Ladungen bergen. Ach, hier ist irgendwo ein Endgegner hier, ähm. Ähm, ich würd mal sagen... Oh, shit. Das war der Falsche. Ui. Nein. Achtung, Achtung. Der kommt, ne? Wo kommt der denn an? Vorsicht, der kommt. Ja. Ne, mit der Waffe geht's ja zwar ganz gut aus, ne? Mit der Waffe geht's besser. Oh, wie, Molo. Äh. Verdammt. Ich werde immer weiter zurückgedrängt von dem Kerl. Ja, warte, hier. Minigun. Yeah. Hat der Loot dabei? Loot? Ja. Jawohl. Jawohl. Alles schön ab. Ach, da war noch einer. Alles schön abgegrast. Okay, jetzt aber... Bis jetzt geht's ja noch. Ja. Und am letzten Mal war man ein bisschen... Ein paar Probleme, ne? Aber... Wir leben ja gerade immer noch, ne? Ja, ich wusste. Nein. Ja, verdammt. Stell dich hin, nämlich. Okay. Ja, aber ich hab grad verpeilt, das Schild für alle zu machen. Deswegen muss ich grad ein bisschen dein Schutzschild spielen. So. Leben liegt da. Okay, gut. Das ist noch Selbstmörder. Mhm. Okay. Loot. So, jetzt hab ich's mal gesagt. Mein Wort. Ich hab es patentiert, ja? Ach ja? Verklag mich doch. Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, wir kommen irgendwie hier rüber oder hier lang? Ich glaub, unten rum. Ja, nee, das funktioniert hier. Ja, shit. Oh, oh. Puh. Das war knapp. Der will mich hauen. Ja, ich muss erst mal nachladen. So, wo bist du lang? Hier entlang. Und hier oben müsste doch irgendwas sein, ne? Zum Bergen. Weiß nicht. Ah, hier. Ah. Öffnen. Sprengstoff einsammeln. Und wohin damit? Vorsicht, da vorne ist ein Boss irgendwo links. Ui. Ich seh ihn noch nicht. Da ist er. Nein, das sind aber einige, ne? Ui. Ach, da ist ein Mörser noch mit dabei, ne? Ach, scheiße. Ich bin fast tot. Boah, dieser blöde Mörser. Ach, komm, den kriegen wir. Nein. Mist, 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 Mist. Ich blute. Ui. Juhu, das war knapp. Das war arschgenau. Ich wollte die ganze Zeit auf Kreis hämmern, aber ich hab kein Schild. Aber IDF, da kriegen wir zur Zeit auch mächtig aufs Fressbrett. Aber, naja. Kommen wir hier entlang? Dann spielt sich ein. Ähm, irgendwie, ja. Okay, ich sichere mal, du. Hast du das platziert? Ne. Ne, Moment. So. Boom. Äh, wo lang? Oh, erstmal die Gegner umbringen. Oh, oh. Erstmal nachladen und dann die Gegner umbringen. Erstmal eine Bombardierung. So. Das ist eine gute Idee. Kabumm. Irgendwas beißt mich da. Ja, der ist es. Vorsicht vor dem Großen. Mhm. Na gut, den haben wir auch. Okay. Alles klar, so weit, so gut. Da oben ist ein Kontrollpunkt. Warte mal kurz. Ja, den könntest du aktivieren. Ich guck mal kurz. Wir müssen da... Oh, nein. ...hier runter und dann über eine Brücke. Ich hoffe, er hat überlebt, der Kontrollpunkt. Oh, das könnte klapp werden. Ah, okay, komm. Wir gehen. Ja, schade. Aber der da nervt. Ähm. Alles gut. Hier entlang, oder? Ui. Und dann müssten wir normalerweise jetzt über eine Brücke kommen, oder? Da ist noch so eine Herausforderung. Ja, das müsste auf der Brücke sein, ne? Müsste, ja. Ist es hier eine Brücke? Ja, oder? Kann man so nennen, ja. Was ist jetzt? Sie wie die Alien wählen? Ja. Irgendwie kam da bis jetzt noch nix, oder? Oha, jetzt kommen sie. Ja, aber nur... Ah. Oh, klingelt da dein Telefon? Ja, ich krieg grad eine SMS. Ich hab den ganzen Tag drauf gewartet und hab gedacht, ach, jetzt bestimmt nicht. Oh, ich hab legendäres Loot. Ui. Jetzt müssen wir die Mission aber auch schaffen, ich will das nicht verlieren. Ja. Sag mal, wie viele kommen denn da noch? Ja. Oh mein Gott. Sind da nur noch ein paar Sekunden, ne? Na, also... Ja, haben alle. Oh. Sowas aber auch. Ich hab mein legendäres Loot. Hurra, 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 hurra. Eine MP oder eine Pumpgun oder... Ich hab keine Ahnung. Komm mal zurück. Ah. Oh. Das kam relativ früh mit dem Komma zurück, da hat das Auto schon geblinkt. Das machst du mit Absicht, gib's zu. Nice. Seit der ersten Folge. Das sieht nur so aus, ja. Zu viel Hitman gespielt, ja. Das sieht immer aus wie ein Unfall. Ja. So. Ah, hier wäre ein Control-Boot. Äh, oh. Wir kriegen den sogar. Wow. Endlich mal einer, der nicht explodiert. Amolo, schon wieder? Nicht gut. Gut, dann nehme ich halt die Starke. So, was haben wir denn hier? Quecksilber, ähm... Ein Mörser. Ach, wir müssen die Vorräte an roten Quecksilber kaputt machen. Oh jee. Oh nein. Ich sehe nichts. Wo sitzt denn der Mörser? Wo ist denn dein Mörser, hä? Ich weiß es nicht, aber irgendeiner schießt ja hier die ganze Zeit. Oh. Irgendwoher muss das doch kommen. Ich habe nur noch einen Millimeter Leben, ne? Ja, ich versuche beide zu bleiben. Vielleicht liegt hier ja irgendwas für dich. Ja, hier muss irgendwo der Mörser sein. Wir müssen den, ähm, kaputt machen. Oh ne, eine Rorde, ne? Wieso? Das war ja nur eine Frage der Zeit, ne? Ja. Hier, Bombardierung. Das ist gut. Das spare ich Munition. Nein! Ah! Da unten ist ein Kontrollpunkt. Geh mal bitte da hin. Kommst du da hin? Ich versuche. Ja, ich glaube das... Ach, das habe ich davon. Ich hätte einfach schießen sollen. Egal, nochmal. Wochen, Menno. Und wie sind wir hier rausgekommen? Äh. Das ist fies, dass die ganzen Gegner sofort wieder da sind. Aber wo ist der Mörser? Oder hast du ihn gerade erwischt? Ne, ne. Aber ich glaube von hier, äh, von hier aus trifft uns kein Mörser, wenn wir hier entlang gehen, ja? Ja, ich glaube auch. Und dann einfach zum, äh, Kontrollpunkt hin. Kontrollpunkt? Oh, ich habe eine Granate zum Kontrollpunkt geworfen. Nein! Nein! Okay, ich habe ihn aktiviert. Sehr schön. Okay, und nun müssen wir noch da hinten zum nächsten Punkt laufen. Ui. Ähm. Äh, kommst du klar? Ja, ja, ja. Hier, ich mache meine Bombardierung. Das ist vielleicht eine coole Idee. Und gib mir mal... Ah, ne, ich wollte gerade sagen, gib mir Deckung, aber, ähm, ich muss erst mal nachladen hier. Ja, ich habe dir mal ein Schild gemacht, das dürfte auch erst mal reichen. Ja, weil wir müssen das Dings da kaputt machen, sonst, äh... Ich will da keine Muni mehr. Nein, ich muss nur noch auf X drücken, da zum Zünden. Wo bist du? Hat er? Nein! Bring ihn um! Lass mich in Ruhe. Bring ihn um! Okay. Jedes Mal kurz, bevor ich dich wiederbelebt habe. Oh. Boah. Haben wir es geschafft. Ja. Nur noch den Heli rufen. Oh, ja, nur noch. Nur noch. Nur noch, ja. Hätte mal besser meinen Mund gehalten. Es ist nicht fair, denn sein Flammenwerfer reicht weiter als meine Kanone. Nice. Da liegt ein bisschen Lebensenergie, aber, ja. Ja, gut, wir hauen jetzt eh ab, ne? Hier, Heli rufen und dann, wo liegt mein Luf? Ähm, eine Minigun, ungewöhnlich. Naja, besser als gar nichts. Boah, das war mal eine Mission, ey. Ja. Okay, aber zum warmen Spielen ganz gut, ne? Ja. Bei warmen Wetter in Brasilien, ne? Ja, heute ist es wirklich warm. Boah, 14 Minuten. Ja, so weit weg waren wir aber jetzt nicht von der Missionszeit, die wir sonst immer haben. Ja, ein bisschen länger, ne? Ja, nur minimal. Nur zweimal mehr gestorben oder so. Nur gut, dann warst du es für diese Folge. Nächste Folge geht's weiter. Immer noch in Brasilien eigentlich? Äh, ja. Ja, immer noch in Brasilien. Okay, gut, dann nächste Folge wieder in Brasilien. Ciao, Amigas. Bis dann.